Guten Tag, mein Name ist Enja Röck, ich bin 25 Jahre jung. Zu meinen Stärken zählt die Naturverbundenheit. Ich hoffe, dass ich mit meinen Wünschen und Anregungen und auch mit meinem Naturschutzgebiet einen Teil dazu beitragen kann, den Pflanzen, den Menschen und den Tieren zu helfen und ich hoffe, dass wir mit einem reinen Herzen durch unsere Straßen laufen können.